Morgen, mein Name ist Jérôme Luling und heute lehren wir ein besseres Letzten-Beuers. Und heute machen wir ein Quiz, den Bettina für uns entwickelt hat. Wer ist es richtig? Vielen Dank, Bettina. Also Marie wohnt zu Frankreich, zu Paris, auf Frankreich, zu Paris, aus Frankreich, zu Paris oder auf Frankreich für Paris. Wissen Sie, A, B, C oder D? Das ist natürlich B, auf Frankreich, zu Paris. Das ist ein Land und das ist ein Stadt. Nächste Frage für 1.000 Euro. Wo wohnt denn Tom? Hier wohnt zu Lützebüch für Stadt, hier wohnt auch Lützebüch aus Stadt, hier wohnt aus Lützebüch zu Stadt, hier wohnt zu Lützebüch an der Stadt. A, B, C oder D? Wissen Sie, A, B, C oder D? Für 5.000 Euro. Was für eine Nationalität tut denn Tom? Hier ist Lützebüch, hier wohnt Lützebüch, hier wohnt Lützebüch, hier wohnt Lützebüch, hier wohnt Lützebüch an, hier wohnt natürlich Lützebüch an. Für 50.000 Euro, für wo könnt Marie, hat könnt aus dem Kamerun, B, hat könnt für Kamerun, C, hat könnt zu Kamerun, D, hat könnt vom Kamerun. Ich meine etwas, hat könnt aus dem Kamerun, das Land, also aus und das Land mit Artikel. A, ja, das ist richtig, für 250.000 Euro, das ist ja Wahnsinn. Wart aus dem Tom singt Mammelspruch, A, singt Mammelspruch als Lützebüch, B, singt Mammelspruch als Lützebüch, C, singt Mammelspruch als Lützebüch, D, singt Mammelspruch als Lützebüch, D, singt Mammelspruch als Lützebüch. D, natürlich B, singt Mammelspruch als Lützebüch, C, singt Mammelspruch als Lützebüch, C, singt Mammelspruch als Lützebüch. Gingelsgezund, C, bravo, du bist nur Millionärin oder Millionär, fantastisch. Andet, war es auch schon ist. Nach viel mehr so Übungen fand ihr auf meiner Internetseite exercis.lu, Theorie dort so fand ihr auf grammaar.lu, es sind auch auf Facebook und auf YouTube, und danach mein Bücher, Werbentabellen auf Lützebüch und 170 Witze auf Lützebüch. Vielmals merci für eure Aufmerksamkeit, bis hoffentlich geschwün, au revoir.